herzlichen willkommen zu einer weiteren folge dem wir kurz verfolgen auf freitag und samstag wir arbeiten und ich arbeite jetzt weiter mit straubballen pressen aktuell ist 1.3 mal schauen wie er sie so hat mal schauen wie das die meiste die ernte verhopfen ist noch nicht so weit wir werden mal die strohberg eiltsammerung verkaufen Oh, der legge oben da ist Es ist richtig gut Wenn es kurz rein geht oder was es noch geht Nix Irgendwas faul Ich geh mal kurz noch ein Stück mit raus Und auch nach Hause So, es geht weiter Leider Lenkung hat klar wieder Klar kommen Vielleicht findest du da noch ne Lösung Mal schauen Dann einmal Stroh So, wenn das Feld Ob es voll So bestellt werden kann Schauen wir wo wir hinfahren Am besten zum Wo am meisten gezahlt wird Heizkraftwerk Ja Mal die anderen Sicht Besser ist Machen wir einen Patch Wir werden mal schauen ob es besser ist Die Lenkung ist Zack, ne nicht zu Die geht mir zu leicht Dann können wir halt mal schauen ob mein Stillage schon Fertig ist War ja nicht viel War ja nicht fertig In Sichtweise ist es doch zugedeckt Lassen wir aber Die Stillage machen wir heute sowieso nicht Schaffen wir nicht Die haben wir Grasbeben ist mal Tanne Und dann kömmen sie Lache Bauer an Das kommt auf jeden fall Da holt sich erstmal mal Stroh fertig Hier ist die Fina, man freut sich. Ups. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 nix los wieder sind 20malen vorne weg Dann geht's noch ein Händler. Dann kann man sich hier an den Weg stellen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin ja nicht in England. Ja, gut. Ich decke mich jetzt noch mal eine Lösung drin. Wenn jemand eine weiß, kann ich das gerne reichreiben in den Kommentaren. Ich teste das gerne aus. Ja, gut. Oh, fast 16.000. Ja, gut. Wir wollen bald machen, was wir da nicht? Ja, gut. In der nächsten Folge geht man außer Atmos. Vielleicht noch, ob ich am besten heimahle. Ja, leckerer Mist. Ey, wir machen das frei. Okay, halber. Damit der Hopfen noch heiser ist. Schön. Und der war mal Strofer, die man. Und der Zirken wurde uns hier. Mal ganz kurz. Raus gehen. Nicht wundern. Die graben. Sch sechs. Einen. Red. Jäu. Die. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.